Ja hallo Alexander Schumann hier. Heute schon die vierte Ausgabe meines Vlogs und zwar möchte ich heute mal darüber sprechen warum ich mir einen Bart wachsen lasse. Also recht viel Bart ist es ja nicht aber ein bisschen. Ja und zwar schauen wir der Jünger aus. Der Bart macht einem älter und wenn man den abrasiert dann schauen wir wieder Jünger aus und deswegen lasse ich mir den mal ein paar Jahre stehen und dann schauen wir wie das ausschaut wenn er weg ist. Die Idee kam mir eigentlich weil ich in meiner Jugend da war so ein Typ immer dabei so und der hat immer einen Vollbart gehabt und wir haben mal gemeint er ist schon über 30 oder so und auf einmal war der Typ rasiert und dann hat er ausgeschaut wie 20 also circa zehn Jahre Unterschied. Ja und deswegen probiere ich das einmal aus mit Bart und dann vielleicht wieder ohne Bart und ja bevor ich mir ein Tattoo stechen lasse und so dass es nicht mehr weg geht probiere ich es mit sowas. Ja das war es schon wieder für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.